Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktik-Fuchs. Ja Leute, ihr seht schon ein Logos, Taktik-Fuchs zum Spiel in Kölle. Ja, wird ja jetzt nicht ganz so leicht, da eine Aufstellung zu finden. Wie wir gehört haben, einige Spieler kommen erst am Donnerstag wieder. Joa, ich werde mal meine Aufstellung hier reinzimmern, natürlich im Tor. Manuel Neuer und vorne Happy Kane. So, jetzt brauchen wir noch einen in der Mitte und dann reicht das schon. Eieiei, natürlich Josch. Josch wird ein gutes Spiel machen. Der ist gefrustet von der Nationalmannschaft, der wird zeigen, was er kann. Ich sehe den Kimmich da ganz klar, damit steht unsere Achse schon. Ja, ich denke vorne ist auch relativ einfach die Sache aufzustellen. Damit fangen wir auch mal an. Nach hinten hin wird es ein bisschen schwieriger. Joa, ich würde sagen, nee, über links. Guck mal, der passt schon, wo er steht. Guck mal, über rechts. Gut, jetzt wird es natürlich ein bisschen interessant werden auf der 10. Sorry. Auf der 10, ja. Musiala ist nicht dabei. Müller, ja. Ich werde mit Müller bringen. Ich werde mit Müller anfangen. Natürlich könnte man auch darüber nachdenken, Sané auf die 10 zu stellen und Tell oder ein Tell. Wir könnten auch darüber nachdenken, eine Doppelspitze zu stellen. Kane und Tell würde ich auch mal ganz gerne sehen. Würde ich auch als erste Option sehen, wenn Müller irgendwie nicht so funktioniert. Aber Müller ist ausgeruht. Von daher würde ich Müller bringen. Von daher würde ich aber hier als Alternative, als erste Alternative für mich ein Tell bringen. Und dann würde ich echt eine Doppelspitze mal versuchen gegen Köln. Ohne einen 10er. Ich denke, Heavy Kane ist eh der Spieler, der den Raum auch füllen kann. Auch wenn er als Stürmer auf dem Platz steht. Von daher könnte ich mir eine Doppelspitze schon echt gut vorstellen bei uns. Mit dem Tell, der ganz vorne steht, dem Heavy Kane, dem Tacken dahinter. Ja, Sané und Coman brauchen wir nicht drüber reden. Natürlich, so die Alternative ist natürlich leider Gottes Gnabry. Was ich so gelesen habe, war das bei der Nationalmannschaft dasselbe nichts, was er bei uns zeigt. Aber vielleicht überrascht er uns ja mal, der Gnabry. Vielleicht kriegt er ja noch die Kurve oder hat mal einen guten Tag. Ist natürlich auch die erste Alternative für den Sané. Ansonsten Tell eine Alternative für den Harry Kane. Schuppu, ja, haben wir auch noch da vorne irgendwie. Aber die letzten Leistungen ist nichts, was ich fühle. Ja, damit kommen wir natürlich schon zu der ersten kniffligen Geschichte. Bei mir wird die ganze Schose so aussehen. Pavlovich und Kimmich. Auf Witzschütz schon sagen, auf ein Doppelsechs, aber Kimmich ein bisschen vorgezogen. Pavlovich hat wirklich den defensiveren Part. Einfach unter dem Hintergrund, wie wir in der Pressekonferenz gehört haben, sind ganz viele Spieler, die erst spät wiederkommen. Und die einfach, wo erstmal noch nicht feststeht, ob sie fit wären oder nicht. Ja, von daher wäre das einfach mal eine Aufstellung. Punkt. Pavlovich hat es gut gemacht im letzten Spiel. Und da kann man den Jungen ruhig nochmal ein Spiel bringen. Da sehe ich jetzt keine Gefahr drin. Ansonsten, in Verteidigung wird natürlich dann Opa und Neon machen. Weil wir haben es gehört, Minjay kommt erst aus Asien wieder. Das würde ich auch nicht fühlen, wenn er Donnerstag irgendwann aufschlägt. Freitag dann schon wieder spielen. Ich würde ihn auch draußen lassen. Er wirkte sowieso die letzten Spiele überspielt. Ja, von daher müsste der Leon ran. Und gut ist. Fertig aus. Davis, dasselbe Spielchen. Haben wir auch gehört. Da würde ich mit Guerrero anfangen. Als linker Verteidiger. Ja, auch da haben wir gehört, er hat irgendwelche Muskelgeschichten oder sonst was. Sollte er nicht spielen können. Dann wäre für mich der kretzig die erste Option. Fonsi halt echt nur im Notfall. Ansonsten würde ich den Fonsi außen vor lassen erstmal. Ja, rechter Verteidiger stellt sich ja auch von alleine auf. Beziehungsweise wir haben da natürlich noch einen Buna Saar als Option. Aber ich weiß gar nicht, ob der auch bei der Nationalmannschaft war. I don't know. Ob der noch Nationalspieler ist oder nicht. Ja, wir haben es gehört. Conny Leimer ist auch irgendwie überspielt und so weiter. Hat auch viel gespielt. Von daher würde ich den Leimer auch erstmal draußen lassen. Sehe ich jetzt auch nicht die Notwendigkeit mit dem Pavlovich und dem Kimmich im Mittelfeld, denke ich. Könnte man das halt auch mal ein bisschen antesten, dass ein Kimmich mal nicht den defensiveren, sondern den offensiveren Part gibt. Weil wir hören es, wir sind immer noch drauf und dran, der Holding Six im Winter zu verpflichten. Und dann wird sich ein Kimmich eh damit anfreunden müssen, entweder den Achter zu geben oder den rechten Verteidiger. Er wird nicht mehr der Sechser sein. Daher könnten wir das auch ein bisschen so stellen. So Pavlovich, ein Tacken defensiver wie ein Josch. Ja, das wäre meine Anfangsgeschichte für Köln. Ich denke vorne, ja, vorne haben wir keine Sorgen. Ja, wir haben genug gute Spieler. Auch wenn da einer keine Form hat, kannst du ihn jederzeit auswechseln. Und noch, du hast Taylor und Gnabry als Alternative. Du hättest sogar noch einen Schuko als Alternative. Da sieht es echt gut aus. Hinten, ja, hinten ist natürlich ein bisschen wild. Aber Opa und Mats Raui haben wir immer ja mit zwei, die das gewohnt sind da hinten. Aber Leon hat es den Spiel, wo er spielen musste, ganz gut gemacht. Und ja, uns wird ein schwieriges Spiel erwarten in Köln, gehe ich von aus. Die haben nichts zu verlieren. Die sind heiß, die brauchen die Punkte. Das wird ein wildes Spiel werden. Aber wenn wir die Gunst der Schnee nutzen, irgendwie zwei schnelle Tore machen, denke ich, kriegen wir das auch in gute Fahrwasser geschippert. Ja, und das wäre meine Aufstellung heute. Kurz und schmerzlos heute, weil ich kann nicht so viel reden. In diesem Sinne. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut mir gerne eure Aufstellung rein. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick, wie ein Tuchel aufstellen wird, bin ich sehr gespannt. Er hat ja auch gesagt, so Leimer, Minjale, Davies. Warten wir ab. Ansonsten Alternative ist natürlich, wenn die grünes Licht geben, die Ärzte grünes Licht geben, fängst du an mit der besten Mannschaft und wechselst dann halt mal knallhart zur Halbzeit, je nachdem, wie das Ergebnis sagt, oder spätestens zur 60. Minute dann als Spieler wie Minjale, Davies und so weiter aus. Aber ich denke, man kann auch mal mit so einer Aufstellung anfangen. In diesem Sinne, tschö.